In Berlin-Mariendorf südlich der Trabrennbahn finden Sie seit über 50 Jahren die barrierefreie Tauern-Apotheke. Die Tauern-Apotheke ist Mitglied der Guten Tag Apotheken, die als beste Apothekenkooperation ausgezeichnet wurde. In unserem monatlichen Flyer aktuell erhalten Sie viele preisgünstige Angebote. Lassen Sie sich kompetent und diskret beraten. An einem der vier Beratungsplätze oder in der separaten Beratungskabine. Auch individuelle Rezepturen werden nach Ihren Wünschen gefertigt. Als erste Apotheke in Berlin bietet die Tauern-Apotheke einen Autoschalter an, an dem Sie schnell und unkompliziert die benötigten Produkte erwerben können. Oder nutzen Sie den kostenfreien Lieferservice. Für die Heimversorgung und Pflegedienste steht ein Blisterautomat für eine optimale Arzneimittelversorgungsqualität zur Verfügung. Bleiben Sie gesund, wir helfen Ihnen dabei. Ihre Tauern-Apotheke. Mehr Auswahl, mehr Angebot und viel mehr Mensch.